Hallo Leute, hier sind die Spastis. Jetzt bin ich nur da. Der Nando und der Sergio sind nicht hier, weil der Nando ist zu Hause und der Sergio ist auf seiner Klavierstunde. Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass der Sergio in den Videos nicht oft vorkommt, weil er keine Zeit hat. Also in den meisten wird er schon vorkommen, aber nicht in allen Videos. Meistens werde ich alleine oder ich und Nando zusammen in den Videos sein. Ja, das war das, was ich euch sagen wollte. Ich glaube, morgen kommt eine Challenge raus. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass morgen eine Challenge rauskommt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst, lasst einen Kommentar hier unten, da unten, ein Like auch hier unten, da unten, da unten, da unten, hier, da unten, hier, genau da unten. Und teilt das Video einfach, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.